Hallo Welt, da sind wir wieder und wir werden herausfinden, was der Raider da unten wohl bei sich hat, wenn wir hier wohl runterkommen. Kommen wir nicht, wir kommen auch nicht raus, nein, wir klemmen fest. Wir stecken fest, wir stecken fest. Ah, jetzt können wir nehmen, was wir... ne, jetzt... ich... wir stecken fest, wir stecken fest. Wir können hier also nicht runterspringen. Wir können jetzt gar nicht mehr springen. Jetzt könnte man annehmen, wir tragen zu viel und stecken deswegen hier fest, aber wir hängen so in... na gut, jetzt hat es geklappt. Okay. 50er Kaliber und 38er Patrone, Impro-Automatik-Pistole, Metallrüstung, rechter Arm, Räderrüstung, rechtes Bein und Lederrüstung, linkes Bein und Schutzbrille und Lederkombi. Hat sich da oben... ne, das sah nur so aus, als hätte sich dort was bewegt. Ein Spielzeugauto. Ich wette, dafür bekommt man einen Haufen Kronkorken. Ich schätze auch. Darum nehmen wir das alles mit. Und auch die Kronkorken, buff out und schnappen wir aus. Uah! Drei gleich. Fiese Sache. Schock. Ja, das war witzig. Kakerlakenfleisch, Red Kakerlakenfleisch natürlich. Nukleares Material auch. Und hier nochmal, nukleares Material und Red Kakerlakenfleisch. Und da haben wir einen Raider, der hat Kronkorken noch. 50er Kaliber und Schrotpatrone. Stimpak, doppelläufige Schrotflinte und Lederrüstung, Karnisch. Lederrüstung, linkes Bein. Lederrüstung, rechtes Bein. Lederrüstung, rechter Arm und Raiderrüstung, linker Arm und Raiderleder. Und Preston, wie bist du da reingekommen? Hä? Was geht hier vor? Wie hast du... Das war gar nicht Preston. Das war gar nicht Preston. Das war gar nicht Preston. Sonsten Sie davon abstatten, die Protektorenbegleiter zu manipulieren. Stopp. Kronkorken und Pümpel. Selbstgefertigter Stolperdreitenschau. Zu Ihrer Anhaltensicherheit, sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Granatenbouquet. Kette. Ja gut, die Kette... Aktivieren wir nun. Gule. Tatsächlich. Zwei. Eine. Nein. Nein, nein, nein. So geht das nicht. Schon gar nicht, wenn wir überladen sind. Die Raider haben sich da ein paar Gule gefangen. Das ist ja kaum zu glauben. Dann lassen wir das erstmal zu hier. Auf der anderen Seite werden wahrscheinlich auch welche sein. Keine Falle hier. Bitte vorsichtbar einsteigen. Weißer Flasche. Und eine versperrte Tür. Kleiner Raum. Na gut, die können wir ja entsperren. Ich glaube, das können wir. Cool. Ah, Splittergranaten. Drei Stück sogar. Und Zementzack. Zu Ihrer eigenen Sicherheit, sollten Sie davon abstatten, die Protektorenbegleiter zu manipulieren. Ja, wir müssen die Gule da irgendwie... Da muss noch irgendwas sein, was wir brauchen könnten. Bierflasche. Boston Bugger. Na gut, wir müssen lagern. Zu Ihrer eigenen Sicherheit, sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Splittermine. Brauchen wir das jetzt? Springmesser? Ich weiß nicht so genau. Die behalten wir mal lieber, falls wir das hier doch vergessen nachher. Schrotflinte brauchen wir nicht. Eigentlich brauchen wir jetzt alles nicht, was unterhalb unserer Zahlen ist. Bis auf ein Gewehr. Der Flammenwerfer. Der wiegt ziemlich viel, oder? Es ist unser Saar, zu strahlen, um sie durchzugehen. Das behalten wir mal. Ach, die geben wir doch ab hier. Dürfen wir eben nicht vergessen, das alles hier zu vergessen. Also, das müssen wir alles mitnehmen nachher. Normale Machete. Kampfflinte nochmal für Schrot. Feuerrate. Kampfflinte. Feuerrate 20. Und hier 33. Ja, dann kommt die Kampfflinte weg. Und hier... Oh, so viel. Ja, das wird jetzt viel. Sauber bleiben, Bossen. Bitte werfen Sie da, wo können Sie sich auf dem Boot sehen und für die Hälfte. Ja. 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 Und schon sind wir schon. Ich meine, viel ist leichter. Sehr leichter, sehr schön. Sauber bleiben, Bossen. Bitte werfen Sie die Darungsgrenze, Sie dafür vorgesehen sind, sind wir älter. Das war doch schon mal ganz gut. Das ist nicht so gut, aber Preston steht natürlich wieder im Weg. Gesperrt den Fluchtweg. Ach. Na. Ich muss mit dem Preston irgendein anderes Scheiße machen, ey. Das geht doch so nicht. Der nervt. Wo bist du, Blödmann? Psst. Ich bin ganz Ohr. Warte. Ich warte auf dich. Idiot. Du fährst in Minuten auf Plattform. Ein. Mit dem Zurück und greifen. Ach, diesmal klappt das natürlich nicht. Ich ran aber auch vor die Wand. Und hier ist so ein dämliches Schild auch noch. Boah. Und dann noch Preston dabei. Das hätte ja alles gar nicht geklappt. Den Pirscher kriegen wir den so? Ich kann nicht. Ich... Das geht nicht. So. Und Preston, jetzt steht er da rum und macht nichts, ey. Was soll ich denn mit so einem anfangen? Oh, da ist noch ein Koffer. Was soll man mit so einem Begleiter anfangen? Wenn man schleicht, dann rennt er vor und verrät einen. Wenn man irgendwo flüchten will, dann steht er im Weg. Oh Mann, oh Mann. Werkzeugkoffer. Entsperren. Ja, es kann auch sein, dass wir heute im Allgemeinen etwas gereizt sind. Das kann schon sein. Wie schön. 45er Patrone, 5mm Patrone und Kampfgewehr. Okay. Wir haben den doch vorhin... Psst. Schieß los. Warte. Ich warte auf dich. Wir haben den ersten doch gerade so schön gekriegt. Das muss man auch wieder nicht. Preston, mach irgendwas. Tanz oder... Keine Ahnung. Sing. Irgendetwas. Ach Mann. Das gibt's auch nicht. Dass diese verdammten Gule so stark sind, ey. Das kann doch nicht sein. Und jetzt irgendwo verbarrikadieren. Hier rein, vielleicht... Können die hier rein? Oh, die kommen doch rein. Ja klar, die können Türen machen. Ah, ich vergaß. Die können Türen machen. Jetzt ist wieder... Total, 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 total blöd hier. Mann, ey. Wie beim ersten Mal weg. Weg. Na, falscher Weg. Können die hier hochspringen? Der kann bestimmt. Der kann bestimmt. Der kann bestimmt. Will der Gule, Pierscher, Pierscher. Immerhin. Oh, wer ist das? Oh, jetzt macht ihr wieder so einen Scheiß. Und wer kommt hier rein auch noch? Nee. Wie sieht das aus? Kann sie jetzt normal laufen? Oder wie sieht das aus hier? Und rennen. Ja. Das hat sich wieder umgeschaltet hier. Mittendrin, natürlich. Na, verdammt. Na, jetzt kommen sie nie wieder. Oh, einer ist aber noch da. Oh. Okay. Was ist das? Boah, dass die aber auch immer so springen können, das kann ich ja nicht mal. Los, wo seid ihr? Ich bin auf Droge! Kommt her! Traut euch! Wo sind die anderen? Achtung! Ach! Am zweiten! Liebe Zuseher, liebe Welt, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe, wenn wir diese Gule erledigen dürfen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.